Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf diesem Kanal. Ich muss mich aber noch daran gewöhnen, es fällt mir immer noch schwer, nicht unserem Kanal zu sagen. Ich hoffe, man kann mich sehen, man kann mich hören. Ich kann das ja mal selbst überprüfen. Kleinen Umblick. Jo. Jetzt macht der Hubschrauber ja ganz schön Alarm. Wie geht's euch denn so? Boah, landet der direkt hier neben, wartet mal einen kleinen Umblick, bis er weg ist. Kann man den hören? Alter Schwede, fliegt der genau vors Haus hier oder was? Hier wackelt alles. Ich halte gerade das Fenster zu... Oh, ne, nacht. Das war jetzt nicht geplant. Es geht gleich los. So. Das ist der Rettungshubschrauber. Wir haben hier so einen großen Parkplatz in der Nähe. Und es ist eine Landezone für ihn, wenn er halt, äh, ja, solche Leute übernimmt, die mit dem Krankenwagen oder dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden müssen. So. Nee, Diana. Der ist nicht über Bergen, der ist hier bei mir gerade. Oder es sind zwei unterwegs. Schön, dass ihr erstmal wieder alle dabei seid. Das ist das erste Mal. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich muss mal, äh, kundtun, dass, äh, ach Quatsch, das mach ich später. Hab ja bei Instagram und so genug, äh, bekannt gegeben, dass wir oder ich, wie, sag ich schon wieder, ich jetzt online bin. So. Oh, Jurek ist auch dabei. Meine Freunde danach, kenne ich das irgendwoher? Naja, aus deinem, nee, aus deinen Storys. Ich weiß gar nicht, ob du es in den Videos auch sagst. Äh, Urbex Allianz, demnächst ein Podcast geplant von Jurek. Da bin ich ja total unerfahren und, äh, habe ja wirklich gar keine Ahnung. Aber, Jurek, du wirst mich da schon ranhören. Und, äh, demnächst, äh, JNP Explorations. Spino, was ist mit dir? Was ist denn heute? Könnt ihr euch alle mal jetzt entspannen? Ich möchte jetzt einen Livestream machen. Äh, äh, demnächst, äh, äh, dann irgendwie. Wir machen jetzt noch einen Termin aus und dann setzen wir uns ran. Wie lange geht denn eigentlich so ein Podcast, äh, Jurek? Wie lange wollen wir denn sowas machen? Das können wir aber auch später auswerten. Ähm. Wir hätten eine Frage an dich zum letzten Video. Dann hau raus. Dafür ist der Livestream da, dass ihr euch mal hier ein bisschen, äh, auskotztet. Wissen könnt, was fragen könnt, eure Meinung sagen könnt, mir mal live, äh, alles ins Gesicht sagen und fragen könnt, äh, weil ich ja nicht mehr dazu komme, eure vielen, vielen Nachrichten, worüber ich sehr froh und dankbar bin, äh, zu, äh, beantworten. Ähm, ich hab heute nämlich jemanden getroffen. Ich weiß gar nicht, ob du hier bist. Sven, wenn ja, mach dich mal bemerkbar. Ein Follower. Wir haben ein sehr langes Gespräch gehabt. Zehn Minuten. Also, für mal eben so zwischendurch. Hallo, bist du es? Von YouTube, äh, zehn Minuten ist ganz schön lang. Ja. So, dann hau die Frage raus. Weil, wenn ich erstmal im Redefluss bin, ihr habt's mitgekriegt, ich sage immer, ich will auf eure Kommentare eingehen, dann schaffe ich's nicht. Wann machst mal wieder ein Overnight? Ich hab noch nie ein Overnight gemacht. Das wird Premiere werden. Und zwar wird das definitiv, äh, oder mit ganz großer Sicherheit mit Coco zusammen werden. Was hast du bei elf Minuten und 54 Sekunden gedacht? Du hast so lustig in den Raum geschaut. Was ist denn das für eine Frage, Freunde? Letztes Video, elf Minuten, 54. Ja, dann sag mir mal bitte, was da... Ach, du meinst, als ich ins Zimmer reingegangen bin? Ich kann mir nur vorstellen, als ich ins Zimmer reingegangen bin. Ja, das, was alle bemängelt haben. Ich hab jetzt mal wieder gedacht, das ist richtig geil kühl hier drin. Und dann hab ich gedacht, okay. Okay, und dann hab ich aber gedacht, okay, es reicht, wenn du das meintest. Du heißt auch Sven Deutz. Friesenurbex. Ihr seid auch dabei, schön. Kann ich's erzählen, Friesenurbex, oder soll ich's für mich behalten? So, ihr wisst, es geht gleich los. Wir warten noch ein bisschen immer, ne, für die Nachzügler. Aber eigentlich hab ich mir gesagt, die haben Pech dann, ne? Moment mal, meine Frau hat mir geschrieben, das kann was mit den Kindern sein. Achso, nee, es geht noch was anderes. Wir hatten noch telefoniert, nämlich nochmal. So. Also, Freunde. Ihr habt natürlich sicherlich alle eingeschalten, damit ihr, ihr wollt ja wissen, wie ich mir den Arm gebrochen hab. Das kann ich auch verstehen. Da wurde viel nachgefragt. Und deswegen hab ich jetzt auch beschlossen, mach daraus ein Live-Video und erzähl die Geschichte. Ich hab auch ein, zwei Bilder vorbereitet. Okay. Stefan auch dabei. Drei Worte für Sarah. Hab ich hier wieder was verpasst? Ich komm hier immer nicht hinterher mit euren, äh, ich fang einfach mal an zu erzählen. Also, äh, es interessiert euch ja brennend, äh, wie es passiert ist. Und zwar, äh, gar nicht so spektakulär, aber irgendwie doch. Weil, äh, also, passt auf. Es trug sich zu wie folgt, hat mein Ex-Vorgesetzter immer schön gesagt. Und den Satz möchte ich mal so beibehalten. In Ehren, äh, an Carsten. Carsten, falls du dir zuguckst, liebe Grüße. Er hat auch immer gesagt, pass mal auf, es trug sich zu wie folgt, als er was erlebt hat. Also, es trug sich zu wie folgt. Friesen-Irbex, kannst du? Ja, erzähl ich nachher. Ähm, also, ich war ja auf Harztour, es war der dritte Tag. Und es war noch frühmorgens, es war die erste Location. Auf meiner Karte stand nur, weil das Navi mal wieder rumgesponnen hat. Ich glaub, alle, die im Harz waren, wissen das. Aber einer hat mir auch geschrieben, hättest du doch dein Navi benutzen können. Auch sehr gut. Ich hab noch erzählt im, äh, im, äh, Vlog, was mit meinem Navi passiert ist. Dass es nicht so richtig funktionierte. Manchmal spinnt es auch rum. Und dann zeigt er, er zeigte ihm einfach nur an, Gebäude und den Standort. Und ich dann so, okay, du hast hier mehrere Dinge auf dieser Karte in der Nähe. Fahr erst mal dahin, weil du weißt ja nicht, was das Gebäude ist, ne? Stand wirklich nur so da, ne? Nachher, als er sich aktualisiert hat, äh, aktualisiert hatte, stand, äh, genau das, das, was ich euch gleich erzählen werde, dass das Ding da ist. Und er hatte den Punkt auch ein bisschen verschoben gehabt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Äh, ich bin dort angekommen, auf den Parkplatz gefahren und guckte dann schon zum Gebäude. Und hab dann so überlegt, hä, das sieht aus wie so ein großes Herrenhaus. Okay, aber das ist modernisiert. Ist ja auch oft so, dass, äh, äh, Lost Place, äh, aufgekauft wurden, modernisiert wurden. Und ich hab dort auch Bewegung drinnen gesehen. Hab gedacht, okay, geht der ganze Sache mal auf den Grund. Geh mal von hinten rum und guck mal, ob ich's wirklich verlassen ist. Ähm, immer mit Visier, also mit starrem Blick, also wirklich Tunnelblick auf dieses Gebäude. Weil ich wollte gucken, ist da Bewegung, passiert da was? Man kann ja an gewissen Punkten oder an gewissen Dingen ausmachen, ob das Ding verlassen ist oder nicht. Es sah mir aber ziemlich neu aus. Bis ich dann über so ein Gestrüpp, über so ein, ja, weiß ich nicht, ich musste durch so ein großes Tor gehen, hab ich mich schon gewundert, ne? Und, ähm, auf einmal, äh, Visier aufs Gebäude, stand ich neben so einem anderen Gebäude, total zugewuchert. Also hab's nicht von vorne gesehen, sondern hab's nur von der Seite gesehen. Und, äh, sehr lustig, dort waren so eine Kellerfenster mit Verstrebungen, mit Gittern. Es ist ein sehr bekannter Platz übrigens, äh, sehr bekannter Spot im Harz. Ähm, es ist nämlich ein Mausoleum, was ich bis dahin nicht wusste. Äh, ich kannte das Ding auch nicht von YouTube oder von irgendeiner Internetseite oder so, hab noch nie Bilder oder Videos davon gesehen. Ich hab durchs Kellerfenster geguckt und hab gesehen, buh, drei Särge, drei Särge. Kann ich ja mal hier, äh, das Foto einblenden. Zack, so. Ich glaube, jetzt weiß jeder, worüber ich rede. Ähm, das Ding ist sehr bekannt. Und jetzt muss ich spiegelverkehrt denken. Da oben, also ihr seht ja hier zwei Fenster auf der, wie ist das denn jetzt bei euch? Also nicht da, wo mein Kopf ist, sondern auf der anderen Seite. Ein Fenster ist halb geschnitten und das andere Fenster da, wo auch der Balken steht. Ich hab leider den Mauszeiger nicht mit im Stream, ne? Ja, ihr seht, das ist alles verstrebt und vergittert, aber da waren die Gitter rausgenommen. Und ich habe gedacht, Lydia, willkommen in der J&P Family. Ähm, also ich will mich nicht rausbringen lassen. Schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Ähm, das ist ein Mausoleum. Was ich später natürlich auch erkannt habe, als ich wieder ums Gebäude gegangen bin. Aber die Story wird noch, ich wäre da beinahe drin verreckt drin. Das kann ich euch gleich erklären, warum. Also, durch, jetzt muss ich hier, warum mache ich den Mauszeiger nicht drin? Durch dieses Fenster da, Mensch, jetzt bin ich mit der Kamera nicht drin. Da, ne? Wo der Balken steht. Äh, da waren die Streben rausgeschnitten. Äh, ich weiß auch nicht, wer so ein Mausoleum schändet. Hätte ich gewusst, dass dort, jetzt kommt nämlich der Hammer, noch Leichen drin sind, wäre ich da gar nicht reingegangen. Ihr seht, äh, also passt auf. Ich denn, okay, sieht verlassen aus, sieht man ja auch am Boden und so. Ähm, gehst du da mal rein, weil Särge, okay, nun kann irgendwie was Kirchenähnliches sein, Särge aufbewahrt oder so. Ich habe wirklich noch nicht an Mausoleum gedacht. Habe aber nur die Särge gesehen. Jetzt bin ich reingegangen, durchs Fenster gekrabbelt. Und jetzt sieht man unten neben meinem Kopf hier, äh, also hier, dieser Baumstamm. Der stand hochkant zum Fenster. Also du bist gar nicht, äh, wenn du auf dem Boden standest, am Fenster angekommen oben, am Gitter, äh, nur mit den Fingerspitzen. Also haben sie sich den Baumstamm hingestellt und die auch schon ein paar Leitern sehe ich gerade, ne, und weiß ich nicht, was dieser Stamm hier zu bedeuten hat. Äh, der stand hochkant. Und natürlich habe ich mich dann so runterhangeln lassen, mit den Füßen da drauf, stand auch ziemlich sicher, drehte mich um und habe dann gesehen, dass ein Sarg aufgeschnitten war und habe mich dadurch erschrocken. Und so wie der Balken oder der Stamm da liegt, bin ich mit dem Balken umgeklatscht, also so richtig so, wuff, durch den Ruck, durch den Zuck, ne, ich habe mich wirklich erschrocken und bin dann auf allen Vieren, ich weiß nur, die Nase kurz vom Boden so aufgekommen. Habe einen riesen Schmerz verspürt, äh, blieb dann erstmal so gefühlt zwei Minuten liegen, weil ich habe gedacht, alter, was ist das jetzt, ne, also beide Arme haben komplett, komplett weh getan. Wie ihr jetzt ja wisst, äh, gebrochen und beide Handgelenke verstaucht, also der eine Arm mehrmals gebrochen, der linke und, äh, beide Handgelenke verstaucht. Ähm, bin dann erstmal aufgestanden, bin dann erstmal reingegangen in den anderen Raum, dort gibt es nämlich noch einen anderen Raum, ihr kennt das Video, die Videos bestimmt oder den, äh, den Ort bestimmt und, äh, musste mich dort erstmal wirklich sammeln, das hätte, also es, das war ein Stechen der Schmerz in beiden Armen. So, und dann guckte ich auf mein Handy. Äh, um Hilfe zu rufen, höchstwahrscheinlich oder so, weil ich gedacht habe, hier stimmt irgendwas nicht, äh, habe gesehen, ich habe keinen Empfang. Entschuldigt bitte, da fange ich an zu, entschuldigt bitte, da kam, äh, ja, es ist menschlich, ne, könnt ihr euch wieder darüber aufregen, könnt ihr wieder in den Kommentar schreiben nachher, wer jetzt nachguckt. Wartet mal kurz, jetzt muss ich mich mal räuspern. Und jetzt habe ich gedacht, wenn du hier schon verreckst, Dirk, ne, dann machst du daraus wenigstens ein Video. So, habe mich gesammelt, habe wirklich 10 Minuten gewartet, dann vergingen die Schmerzen, also die Schmerzen vergingen nicht, aber es war erträglich, ne. Und ich konnte mich auch noch komplett bewegen, ich weiß nicht, ob ich das Video rausbringen werde, weil ich da, ähm, äh, sehr viel Respekt vor habe. Ich mache mich mal wieder groß. Ich habe da sehr viel Respekt vor und ich weiß nicht, ob sich sowas gehört, äh, aus pietätischen Gründen, ob man das überhaupt rausbringt. Wir können daher mal darüber diskutieren, ob man sowas rausbringt oder nicht. Naja, habe das Ding abgedreht und jetzt kam die Schwierigkeit. Ähm, jetzt musste ich wieder raus. Und jetzt, äh, mit der, da wusste ich das noch nicht, äh, gebrochenen Arm, habe ich versucht, also ich habe wieder den Baumstamm, äh, hingestellt. Hoch auf Zehenspitzen, wer da schon drinnen war, der weiß es, mich wieder an beiden Eisenstäben festgehalten, habe gemerkt, mit dem linken Arm geht es nicht, der gebrochen war. Und habe mich mit einem Arm und Füßen und Dings hochgezwängelt. Es, äh, hat, äh, paar Anläufe gedauert, also es hat paar Anläufe gebraucht, bis ich da hochkam. Unter sehr starken Schmerzen habe ich mich dort hochgezogen. Ich habe schon wirklich gedacht, ich muss hier irgendwie drinnen bleiben und um Hilfe rufen. Es war wirklich, ähm, ich habe gedacht, ich komme da nicht raus. Versucht euch mal mit dem gebrochenen Arm hochzuziehen. Macht mal einen Klimmzug mit dem gebrochenen Arm. Und hier verstaucht ein Handgelenk, ne, waren ja beide verstaucht. Äh, also sehr naiv von mir, dort alleine reinzugehen. Äh, ich habe es dann letztendlich geschafft. Blieb auch wieder gefühlte fünf Minuten vor dem Kellerloch erstmal liegen, weil ich so eine starke Schmerzen in beiden Armen hatte. Ich weiß noch nicht, wir diskutieren gleich darüber oder wir können mal darüber reden, ob ich das Video rausbringen soll oder nicht. Und, äh, dann bin ich einmal rum und dann habe ich gesehen, dass es ein Mausoleum ist. Also ein Mausoleum ist ein Ort, wo, äh, Verstorbene, äh, untergebracht werden, für die extra so ein Ort errichtet wurde. Und das ist ein sehr bekannter Spot und da war mir dann noch klar, äh, ja, Jekka, du bist jetzt da gewesen. Äh, so ist die ganze Geschichte passiert. Habe ich jetzt was vergessen? Fragt mal nach. Ähm, also ich bin von dem Baumstamm gefallen, auf, direkt auf den Betonboden, der da lag und habe mir dadurch den Arm gebrochen und beide Handgelenke ver, ja, äh, verstaucht. Tim schreibt, da war bestimmt die Hand des Gottes, äh, die den Stamm umgedreht hat und ich habe auch so gedacht, als ich nachher, das Schlimme war, die haben einen Sarg aufgeschnitten und dort war wirklich eine Leiche noch zu sehen. Also man hat die Stofffetzen gesehen, die Knochen gesehen, ähm, und das sah aus wie ein Kind. Achso, kann ich das mal zeigen hier? Ihr seht ja die drei Säge hier. In der Mitte ist ja ein kleiner Sarg und ihr seht auch dort, dass oben am Kopfende aufgeschnitten ist. Ich weiß nicht, wer so eine Scheiße macht. Habt ihr alle einen am, also, das, auch ich selber sage zu mir, warum bist du überhaupt da reingegangen, Jörg, ne, im Nachhinein, ne. Äh, hab natürlich ins Loch reingeleuchtet und geguckt und hab dort, äh, Überreste eines Menschen gesehen. Also wie man dort sieht, wird es höchstwahrscheinlich ein Kind gewesen sein. Und das war für mich so ein furchtbarer Moment, dass ich dort unbedingt raus wollte. Ich hab auch nicht weitergefilmt, das sieht man im Video dann. Äh, ich hab die Kamera eingepackt und hab mir den Stamm hingestellt und wollte dort, wie gesagt, paar Anläufe hab ich gebraucht. So, so schnell wie möglich raus. Das war ein furchtbarer Anblick für mich. Ich hatte sowas noch nie und ich möchte sowas auch nie wieder haben. Also hätte ich das gewusst, wäre ich dort nicht reingegangen. Und, äh, Tim hat ja geschrieben, äh, die Hand Gottes und ich bin auch der Meinung, jetzt im Nachhinein, man hat mich vorgewarnt, Jörg, du sollst hier nicht weitergehen und ich hab's trotzdem gemacht. Dann hätte ich das Schreckliche nicht gesehen. So. Jetzt können wir mal eure Kommentare, äh, können wir mal auf eure Kommentare drauf eingehen, ähm. Ja, das Ding war, ich weiß nicht, warum ich dort keinen Handyempfang unten hatte, in der Gruft, nenn ich's mal. Weil oben hatte ich wieder Handyempfang. Und, äh, was für Gedanken waren, komm, ne, bevor du hier krepierst, Jörg, ne, weil, um Hilfe rufen, okay, in dem an war das, denk ich mal, bewohnte Gutshaus. Aber diese Scham gibt man sich ja, äh, das, das, das macht man ja nicht so schnell, man gibt ja nicht auf, aber ich hab gemerkt, ja, du kommst hier nicht hoch, ne. Die Arme tun so weh beim, äh, ziehen, du kommst hier nicht hoch, also beim Hochziehen, du kommst hier nicht hoch. Und dann wirklich, äh, ich will jetzt nicht jammern oder irgendwie Mitleid erregen oder so, unter größten Schmerzen hab ich mich dort hochgezogen. Und dann lag ich da auf dem Keller noch erst mal, oh, 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 ich glaube, hätte mich dort einer gesehen, ne. Kammer hatte ich natürlich verstaut alles, ne, wo soll ich die noch haben, das hab ich nicht aufgenommen. Und als ich dann wieder zur Besinnung kam, vor lauter Schmerzen, äh, hab ich erst mal gesehen, bin rumgegangen, dass es ein Mausoleum war. So, Ronny Kroll. Herzlich willkommen, Ronny, freut mich sehr. Bist du aus Grimm, Ronny? So, jetzt geh ich mal auf eure Kommentare ein. Jetzt hab ich euch die Story erzählt, wie ich mir den Arm gebrochen hab, bin ja noch einen Tag damit rumgefahren. Nächsten Vormittag hier auch noch, bis ich zum Arzt gefahren bin. Und, äh, ja. War einer von euch schon mal in dieser, in diesem Mausoleum. Würde mich mal auch interessieren. Yvonne Heidel schreibt, es hätte böse enden können, hast echt viel Glück gehabt, ja. Und ist wirklich ungelogen. Ich hab zehn Minuten so ungefähr gefühlt, man hat so kein Zeitgefühl dort, ne. Ich hab mich erst mal verkrochen von den Sägen, weil ich das unheimlich fand. Ich lag da auf dem Boden, guckte dann noch so rüber, ne. Und dann, oh Gott, die Säge, ne. Jäger, komm mal wieder hoch. Aber hab so einen Schmerz in den Arm gehabt, bin dann erst mal die Treppe hoch. Wer den Ort kennt, weiß, wie es da lang geht. Und erst mal nach oben, da ist so eine, äh, ja, kann man gar nicht erklären. Ähm, ja. Und da hab ich mich erst mal dann hingehockt und erst mal, äh, versucht mich wieder zu beruhigen. Für wen soll der Handyempfang hin? Ich glaube, die Hesherpnon wollen ihre Ruhe. Ja. Genau, das ist jetzt mal eine Frage an euch. Äh, würdet ihr das Video rausbringen oder nicht? Ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Lasst euch dabei nicht beeinflussen. Ich möchte mal eure ehrliche Meinung hören. Äh, ich bringe es nicht raus. Aber ich möchte mal gern, äh, Ronny Krolles Rüganer. Okay. Gut, weil ich kenne einen Ronny aus Grimmen nämlich. Okay. Ja, aber schön, dass du dabei bist. Freue mich sehr. Herzlich willkommen in unserer Familie. In meiner Familie. Ne, in unserer Familie. Ist ja Quatsch, was ich sage. So, erzählt mal. Wollt, würdet ihr, äh, dieses Video rausbringen, ja oder nein? Tini schreibt, ich würde es hier ebenfalls nicht auf YouTube senden. Aus Suspekt und Anstand. Ja, alter Tobi. München, Gladbach. Ruth schreibt, nein. Wolfi, Wolfi schreibt, gute Genesung. Also mir geht es wieder gut. Die Videosequenzen sind älter, ja. Weil viele haben ja auch aktuell jetzt geschrieben, als ich heute Morgen rausgehauen habe, dass ich darüber ein Live-Video mache, wie es passiert ist. Die haben ja alle gute Besserung gewünscht und gute Genesung. Ja, ich weiß, dass, ähm, Mr. Horidot da war. Mir fällt gerade nicht, äh, seinen Kanal ein. Und Let's Urbex. Und die sind auch nicht reingegangen. Die haben auch gesagt, das ist, äh, die haben Respekt vor sowas. Und, äh, die gehen da nicht rein. Und, ähm, ich wusste ja nicht, weil ich so fixiert auf das andere Gebäude war. Ich sehe drei Säge, hätte ich gewusst, dass das ein Mausoleum ist. Na klar, liegen da Tote drin, ne? Ähm, aber wer macht sowas? Wer schändet so eine Gräber? Wer schneidet das auf? Warum? Ich habe auch gehört, jetzt im Nachhinein, habe ich mit vielen unterhalten, die schon da waren, dass dort sehr viel geklaut wurde, schon draus. Also, mir würde nie im Leben was einfallen. Also, ich möchte das gar nicht auch zu Hause haben, sowas, was, was bei einem Toten lag, ne? Oder an einem Toten war oder so. Eure Meinungen sind sehr unterschiedlich, ne? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Im Endeffekt, natürlich mache ich ja mein Ding, das wisst ihr. Ähm. Genau. Tim Palmstrike schreibt, äh, die Behörden informieren. Die Nachricht habe ich auch öfter gekriegt. Ich finde auch, äh, und als ich danach runter von dem Gelände ging, äh, da stehen ja rundum Häuser, also man ist zum Parkplatz gefahren, da war eine Schule oder ein Kindergarten und auch nebenan Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser dementsprechend. Ich will mich ja jetzt nicht festlegen, als ist es bewohnt. Es muss ja, wer da wohnt, geht auch sicherlich mal rauf und guckt mal, ne, weiß ja, was da los ist. Dass das nicht gemeldet wird. Und es sah schon ziemlich lange so aus, äh, dass das offen war. Ja, die meisten, denke ich mal, sind auch meiner Meinung, dass man das nicht, äh, ich hab's auf Video. Ganz furchtbarer Anblick mit dem Kind war das. Hab sowas auch noch nie gesehen und ich hab da ganz großen Respekt vor. Mir war in der Leichenhalle schon ganz komisch. Dort worden, wurden einfach nur Leichen mal, äh, sind einfach mal Leichen gewesen, sind ja nicht mehr vor Ort und nebenan ist ja der Friedhof, aber dort in dem kleinen Sarg die kleinen Knochen zu sehen und, äh, die, die Klamotten noch so ein bisschen und, ach, das kann man gar nicht alles wiedergeben. Das war ein schauriger Anblick, es war furchtbar, es war ganz furchtbar. Für mich war es furchtbar und danach bin ich auch gleich raus, hab die Kamera ausgemacht, hab eingesteckt und hab mich da hochgequält. So, nun ist es raus. Nun wisst ihr, wie ich mich in den Arm gebrochen hab. Und, äh, man denkt immer, man holt sich die, äh, bösesten Verletzungen oder die gefährlichsten, die schlimmsten Verletzungen, indem man eine Decke durchbricht, eine Treppe runterfällt oder einem, was auf den Kopf fällt. Nee. Ihr könnt, also ihr seht da an diesem Beispiel, äh, ganz einfach auf einem Baumstumpf geklettert. Also, man kann ja auch mal gucken. Der ist auch ziemlich dünn und hoch, ne? Dass der nicht sicher stand, klar. Aber hätte ich mich nicht erschrocken, wäre ich nicht zusammengezuckt, wäre er auch nicht umgekippt, ne? Da ist er. Das ist er. Und hier bin ich, nee, warte mal, jetzt muss ich seitenverkehrt. Na, in diese Richtung. Oh Gott, mit dem Spiegelverkehrt ist ja gar nicht so einfach hier. In diese Richtung bin ich geklatscht und lag dann hier auf dem Boden. So, und daneben die Säge. Und wenn du dann so hoch guckst, ne? Also jetzt mal, nee, doch so in die Richtung, denn, oh, da wurde ja schon ein bisschen anders. So, wir machen wieder eine Stunde, ne? Falls ihr Fragen habt. So, Friesen-Urbex. Jetzt kann ich darauf eingehen. Achso, Doreen näher. Du, genau, du machst dein Ding, aber warum fragst du dann? Ja, natürlich mache ich mein Ding, aber mich interessiert eure Meinung. Mich interessiert, was würdet ihr machen in manchen Situationen? Wie würdet ihr reagieren oder würdet ihr solche Videos rausbringen? Im Endeffekt ist es ja mein Ding und meine Entscheidung. Trotzdem ist das Interesse ja da, wie andere mit sowas umgehen würden. Deswegen frage ich nach. Nicht, weil ich mich nach dem richte, was die Mehrheit sagt, sondern im Endeffekt sage ich ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Also jetzt nochmal, Friesen-Urbex, muss ich ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ich hatte ja mein Weitwinkel-Objektiv verloren gestern in einem Objekt und nicht wiedergefunden. Er ist im Videoschnitt. Wer meine Story auf Instagram gesehen hat, hat gesehen, dass dort mein Weitwinkel-Objektiv in 250 Kilometer Entfernung jetzt irgendwo dort liegt und alleine ist. Und Friesen-Urbex, die beiden haben es mir ermöglicht, dass ich mir jetzt ein neues kaufen kann. Ich sage es mal so, ja? Friesen-Urbex? Vielen, vielen Dank. Also ich habe mich schon tausendmal bedankt und wir haben schon darüber gesprochen und so. Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben wir nichts zu sagen. Ihr seid bescheuert, habe ich gestern gesagt, ne? Also ihr habt die Story gesehen und habt sofort gehandelt, ne? Ja. Was jetzt hier nicht für jeden hier, also was ich jetzt nicht als selbstverständlich ansehe und was auch nicht meinen Sinn und Zwecks war. Ich wollte einfach nur wissen, weil ich mit vielen Schreibende, die DJI Pocket 2 benutzen, vielleicht haben die noch einen Weitwinkel übrig und wollte einfach mal fragen, ob ich es vielleicht erstmal günstiger erwerben kann. und dann kommt Friesen-Urbex und sagt, hier Jäger, kauf dir das. Du hast so viel Scheiße durch in letzter Zeit. Ja, bin ich immer noch sehr dankbar drüber und auch sprachlos. Also, Thema Weitwinkelobjektiv ist durch. Dort braucht ihr euch nicht mehr darum kümmern, was ihr so und so nicht gemacht habt. Ihr anderen Pfeifen. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Das war Spaß. So. Okay, jetzt gehe ich mal auf eure Kommentare ein. V-D-P-D-Explorers. Wie die PD? Oder wie nennt man das? Wasserflasche verloren beim Nonnenloch, genau. Und gestern habe ich mein Weitwinkelobjektiv verloren. Stimmt. Friesen-Urbex schreibt von Herzen gerne. Wir hatten es geklärt, ja. Vielen Dank. Heike H. schreibt, du würdest das Video nicht veröffentlichen mit dem Mausoleum. Karle Hotz schreibt, du machst das schon richtig. Florian Bohl fragt, wie fandest du deine Unterbringung auf dem Campingplatz? Also es ist ein Campingplatz mit diesem, ich habe ja nicht auf dem Campingplatz geschlafen, sondern in diesem Zimmer. Ich fand die Unterbringung gut, weil viele haben geschrieben, oh Gott, oh Gott, was ist das für eine Kaschemme? Ich fand es aber passend zum Thema, weil ich hatte mich ja lange darauf gefreut auf die Harztour und ich wusste, was mich erwartet, so in etwa. Da kommen noch ein paar richtige heftige Dinge, die auch noch nicht auf YouTube erschienen sind bis jetzt. Ich wollte auch noch warten mit der Harztour, aber ich sehe jetzt, dass einige Kanäle Locations raushauen, wo ich auch drinne war und deswegen habe ich gedacht, Jirka, jetzt musst du handeln, sonst sind die Videos vielleicht auch demnächst schon bekannt oder die Orte, wo du warst. Es sind natürlich ein paar bekannte Orte dabei, aber es sind doch einige, die noch nicht auf YouTube waren. Wie ich die Unterbringung fand, also ich habe ja nicht auf dem Campingplatz geschlafen, also die Besitzer haben einen riesen Campingplatz und denen gehört das Gebäude dort. Diese kleine Burg, man nennt sie Eulenburg dort im Harz und dort sind mehrere Zimmer in der unteren Etage nur. Nach oben kommt man gar nicht, das sieht bloß so riesig aus. Also kommt man schon, aber da war zugeschlossen. Ich habe natürlich alles inspiziert oder wie sagt man, ihr habt es ja gesehen, kurz im Video. Ich bin überall rumgegangen und alleine bin ich nachher nochmal gucken gegangen. Ich wollte wissen, was oben sind, ob Zimmer sind oder so und ich fand die Unterbringung gut. Sie war einfach, sie war nicht luxuriös, sie war auch nicht zeitgemäß und war auch mal wieder renovierungsbedürftig, aber es war nicht dreckig und es war nicht keimisch und das war für mich das Wichtige, das Wichtigste. Das Wichtige kann man nicht steigern, ist schon das Wichtige, aber man sagt trotzdem immer das Wichtigste. So, natürlich gab es externe Duschen, wo alle drin geduscht haben, das ist nicht für jedermanns Sache was. Aber ich hatte bloß eine Bauarbeitetruppe noch da. Ich wusste ja immer, wann die kommen, die kamen immer so um 20 Uhr, die haben ja von morgens früh, die haben ziemlich Rabatz gemacht, gearbeitet natürlich und sind dann raus. Auf die Baustellung kamen abends 19.30 Uhr, 20 Uhr. Da bin ich auch gerade rein und bin noch schnell vorher unter die Dusche gesprungen, bevor die Bauarbeiter dort alle mit ihren, ja ihr wisst ja, also es hat immer gepasst. Ich fand es okay, also sie war günstig und ich fand es okay, die Übernachtung. Josefine Hübner fragt, Tajirka, bist du noch auf Rügen oder in HST? Liebe Grüße der Henne. Ja, ich bin auf Rügen. Ich wohne auf der Insel. Win, Win, Doreen, Peter, Dhani. Achso, eure Kürzel von den Namen. Explorers, aha. Kini schreibt, was war das damals für eine Szene auf Instagram? Morgens wurde die anderen dort in der Küche keinen Anstand hatten und sehr laut waren. Ist doch nicht mehr vorgefallen, oder? Ah ja, Kini. Genau, das war die Bauarbeitetruppe. Ähm, ja das sage ich jetzt lieber nicht, aber es war eine Bauarbeitetruppe und die haben gedacht, es gab eine gemeinsame Küche, für die ich aber keinen Schlüssel hatte, das wusste ich nicht, das muss man extra bezahlen. War mir auch egal, ich hatte ja meinen Campingkocher mit, seht ihr. Und die Küche war genau neben meinem Zimmer. Und die haben morgens, sind die ja sehr früh aufgestanden, auch, da war ich aber zum Glück schon wach. Und abends sind sie spät nach Hause gekommen, erst duschen gegangen und ich wollte ein bisschen chillen und meine Ruhe haben. Und die saßen noch sehr lange in der Küche und ich bin ja früh ins Bett gegangen, ihr habt ja gesehen, ich bin immer so halb fünf aufgestanden, halb fünf, fünf. Und die saßen so 21.30 Uhr, 22 Uhr noch in der Küche, haben sich nochmal was zu essen gemacht oder so und haben die Küchentür aufgelassen und haben sich sehr, sehr laut unterhalten. Sehr, sehr laut unterhalten. Und den ersten Abend habe ich es noch durchgehen lassen und dann ist es morgens wieder passiert, da war ich aber schon wach, dass sie so ein Theater gemacht haben, mit den Tellern und Tassen geklappert, ihr wisst ja, Geschirr auf dem Tisch, das sind halt Männer, die decken nicht vorne in dem Tisch, die schmeißen die Teller, buf, 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 hier hast du ein Messer, klack, 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 klack. Und dann bin ich morgens rein da und habe erst mal gesagt, dass sie doch mal bitte ein bisschen leiser sein sollen. Und dann kamen auch schon die Nächsten, die im Zimmer waren, raus. Das waren Urlauber, die wollten ausschlafen, mir war es ja egal, ich war wach. Und haben auch gefragt, was hier los ist und dann habe ich gesagt, Moment, ich rede gerade mit den Jungs und ja, dann haben sie abends halt die Tür zugemacht, waren aber trotzdem noch laut, aber alles gut. Jens M. schreibt, bleibst du auf Rügen? Klar. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat letzte Woche gesehen, dass mir ein paar richtig geile Spots gezeigt wurden, unter anderem auch das Nonnenloch. Ich bin ja, ich komme ja nicht von der Insel, ich bin ja zugezogen, ich bin ja Rügener. Rüganer und Rügener gibt es einen Unterschied, habe ich ja schon mal erklärt. Ich weiß gar nicht, ob bei Instagram oder hier. Und ich kenne die Insel noch nicht in- und auswendig und gerade die Spots, die schönen Ecken kannte ich noch nicht. Zum Beispiel auch das Nonnenloch ist ja von der Natur her wirklich wunderschön mit der schaurigen Geschichte dahinter, mit der Sage, mit der Erzählung. Und ja, warum soll ich hier wegziehen? Es ist hier so mega. Im Sommer haben wir unsere Strände, wo wir noch ein bisschen einsam sind oder ein bisschen, wir gehen natürlich nicht an die Hauptspots, wie zum Beispiel in Binz oder Prora oder Selin, wo ein Massentourismus ist, wo der Strand, wo du, wenn du guckst von der Seebrücke, da siehst du keinen Sand mehr, da siehst du nur noch bunt, lauter Menschen. Da gehen wir nicht hin, wir fahren ein bisschen weiter und natürlich gehen wir auch mal da hin mit den Kids oder so, weil wir ja da gewohnt, ich habe ja da gewohnt, in der Bochtouste über die Straße, jetzt wohne ich an einem anderen Ort. Aber wir fahren auch mal in ruhige, ruhigere Strände. Doreneer schreibt, egal, Hauptsache du hattest ein Dach über dem Kopf. Ich fand es gar nicht so schlecht, das Zimmer. Ich hatte meinen Schreibtisch, ich hatte keinen Internetempfang, also immer wenn ich was posten wollte oder mal was nachgucken wollte oder so, aber das war auch gut, weil ich habe mal Instagram und Co. und alles sein gelassen, sonst hast du am Bett immer noch oder wenn du abends im Sessel saß, gesessen hast oder so, ging nicht. Ich hatte eh, da hat nichts aufgemacht, da ging kein Internet. Erst als ich ganz vorne zur Straße gegangen bin, das waren aber 50 Meter, hatte ich einigermaßen Empfang, dass ich auch mal eine Sprachnachricht, da habe ich ja noch bei meiner Frau gewohnt, wir waren ja trotzdem schon getrennt, habe mal einen Sprachnachricht zu meiner Frau geschickt, zu meinen Eltern, dass so der Tag so war und dass alles gut war und musste dann warten, bis die Sprachnachricht durchging und dann wieder zurück ins Zimmer. Stefanie schreibt, ich schaue normal zu und schreibe nichts, aber bleib so wie du bist, ist extrem gut so, vielen Dank. Letztes Mal hat man mir gesagt, irgendeiner hat mir geschrieben, dass ich mich verändert habe. Hatte ich auf Instagram eine Story erzählt, ne? Achso. Viele fragen mich auch immer auf Instagram, hoffentlich kann man den Stream nachgucken. Natürlich kann man den Stream nachgucken, Freunde. Ihr geht auf meinen Kanal, dort sind ja einzelne Unterteilungen, Videos, ich weiß nicht, was noch kommt und dann steht da live und dann geht ihr auf live, also ist es jedenfalls beim Handy glaube ich es auch und dort sind die ganzen Livestream-Videos, die man nachgucken kann. Ich lade jedes Video, was wir hier live gemacht haben, selbstverständlich oder ist schon hochgeladen, lasse ich drinne, damit man das nachschauen kann. Aber manche Fragen, viele, einige, ich sage immer viele, einige haben mich gefragt, wie man das Video nachträglich nachgucken kann. Ja, ganz einfach, den Kanal aufploppen, nicht auf Videos, sondern auf live gehen und dort sind die ganzen Live-Videos, ne? Für alle, die es nicht wissen. Friesen-Urbex fragt, konntest du das, äh, und falls genug filmen? Ja. Ich habe ja sogar noch mit gebrochenen Armen, äh, an dem Tag, nächsten Tag bin ich ja zum Arzt, äh, drei oder vier, ich will jetzt nicht lügen, Locations abgefilmt. Los, das Kamerahalten war ein bisschen schwer. Und das Pommes-Essen, das Schnitzel-Essen, ihr habt es gesehen. Es war nicht gestellt, ich, das war, ja, Popo abwischen, auf Toilette saß ich auch, mache ich zum Glück mit der anderen Hand. Jetzt wird es intim hier. Nachts ist immer noch am besten. So, jetzt gucke ich mal, ob ihr ein paar Fragen gestellt habt. Ich scrolle mal runter. Bianca H. schreibt, mit drei A, hu, Jirka, also ich würde das Video rausbringen, es war ja kein Vorsatz von dir. Habe letztens zwei Videos über besuchte Friedhöfe gesehen. Ganze Schenkelknochen, Leichenhemden zu sehen, war schlimmer. Entschuldige bitte, das sieht man bei mir aber auch. Ich muss die Szenen ja nicht mit reinnehmen, weil, ähm, ich gehe mit der Kamera so, und dann gucke ich ja so ins Loch. Und dann habe ich nachher einen Videoschnitt gesehen, als ich die Dateien ausgewertet habe. Ich habe es auch noch, ich habe noch eine Instagram-Story gemacht am Abend, ne? Genau. Was ganz Schreckliches, dass das drauf ist auf Video leider. Also es war keine, es war jetzt nicht, natürlich war ich das Absicht, dass ich die Kamera da hingehalten habe, ne? Also da brauche ich mich nicht rausreden. Aber ich wusste, ich habe nicht gedacht, dass da noch jemand drinne liegt. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ein Kind, das war furchtbar. Haut mal ein paar Fragen raus, Freunde. Ihr fragt mich immer so viel auf Instagram, da komme ich immer nicht zu antworten. Egal welches Thema, egal was ihr wissen wollt, haut raus, ich beantworte euch. Dafür ist jetzt der Livestream da. Stream, da ist er wieder, very English. Jirka und das Schnitzel essen, ja, das war auch ein Akt. Aber wisst ihr, ich hatte, da hatten wir, wir hatten mir das, Patricia hat mir das geschrieben. Oder wir hatten, ne, ein paar Sprachnachrichten von Forgotten Times. Auch ein YouTube-Kanal übrigens, noch ein etwas kleinerer, aber hat coole Locations. Schon lange vor den Großen gehabt, wenn man mal genau hinguckt, war die Patricia da. Wodurch die Spots erst bekannt geworden sind, weil die Großen sie später rausgebracht haben. Hat mir geschrieben, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Könnt ihr mir mal kurz auf die Sprünge helfen? Jetzt bin ich raus gerade. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Toll, ne? Ach, Jirka. Ich weiß nicht, was ich erzählen wollte. Schnitzel essen, irgendwie was? Ach so, genau. Jetzt habe ich es wieder, ja. Ich sage noch, das hatte Patricia, wenn ich mir versprach, hat ich gesagt. Sie hat das Video auch gesehen. Sag noch, du liebst das einfache Leben und drei Tage später musst du unbedingt Fleisch und Schnitzel Pommes haben. Okay, ist auch ein einfaches Leben, aber hast du recht, ne? Sonst nur Stulle oder fix was warm gemacht im Auto. Ihr habt es ja gesehen, koche dabei, Mittag gegessen. Aber das ist das Geile, wenn man so ein Auto hat. Man kann vorm Lost Place sich was Warmes machen, Stulle schmieren oder irgendwas brutzeln oder irgendwas kochen oder auch einen Kaffee kochen. Man muss dafür nicht irgendwo ranfahren, irgendwo hinfahren. Man braucht morgens oder abends keine Stullen schmieren, irgendwas vorbereiten. Ich habe alles in einer Gefriertruhe, wollte ich gerade sagen, in einer, wie heißt denn die Truhe? In einer Kühltruhe, Kühlbox-Kühltruhe drin gehabt. Die läuft ja über Zigarettenanzünder und die hat auch gut gekühlt im Sommer, muss ich sagen. Also die ist gut, ist keine Kompressor. Das wusste ich erst im Nachhinein, dass eine Kompressor-Kühlbox besser ist. Aber ja, sie erfüllt ihren Zweck und das reicht. Und das ist das Geile. Du drehst einen Ort ab oder bist fertig mit dem Ort, hast Hunger. Zack, ins Auto rein, Essen machen. Du brauchst nicht mehr fahren. Du kannst dich komplett auf die Truhe konzentrieren. Das finde ich so mega, ne? Das finde ich so mega. Sonst immer, wo kann man jetzt was essen? Wo ist die nächste Tankstelle? Wo kann man sich ein Döner holen? Oder wo kann man mal in den Supermarkt rein, mal ein Brötchen oder sowas holen? Oder schmierst abends vor, was man mal gemacht hat. Fällt alles weg. Fällt alles weg, weil ich hatte Brot, Butter, Wurst, Käse, Eintöpfe. Ich hatte alles mit, ich hatte alles mit. Ich habe bloß die Truhe aufgemacht, meine Essensbox und habe gesagt, was willst du essen, Jäger? Ach, fix eine Stulle. Zack, 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 Kaffee noch gekocht nebenbei und so geil. Geiles Leben, muss ich euch sagen. Wer das auch schon mal gemacht hat, weiß, wie es ist, dass man nicht extra losfahren braucht. So, hier wurde gefragt, was ich im Neujahr und Weihnachten so geplant habe. Das ist eine schwierige Frage, weil es ist das erste Jahr, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, wo wir... Ja, ich weiß noch nicht. Ich kann es nämlich sagen. Ich habe das Thema kurz in meiner Frau angeschnitten, dass wir uns da irgendwie schön einig werden. Ich weiß es nicht. Das ist... Soll ich ganz ehrlich darauf antworten, was ich denke? Ich denke, das wird das beschissenste Weihnachten und beschissenste Silvester, was ich je in meinem Leben hatte. Es war schon mal beschissen, dass ich im Krankenhaus lag, Silvester. Das war ein komisches Gefühl, aber jetzt so das erste Mal ohne die Familie kann ich euch schon voraussagen. Für mich wird es das... Ja, es wird schwer werden für mich. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe Angst vor den Tagen, weil ich weiß, wie es sein wird. Ich weiß nicht, dass natürlich die Kinder auch bei meiner Frau und deren Familie sein wird. Und umgekehrt werden die Kinder auch bei mir und meiner Familie sein. Ich weiß nicht. Es ist schwer. Macht man das zusammen? Macht man das nicht zusammen? Momentan habe ich mit meiner Frau ein gutes Verhältnis. Es passt. Also wir telefonieren oft, weil es einige Sachen wegen der Kinder zu besprechen gibt. Ja, also gute Frage. Auch vielleicht interessant für euch. Aber bin ich ehrlich, ist schwer für mich. Kann ich noch nicht so richtig beantworten. Oder wir machen einen Livestream. Und ich bin abgelenkt. Silvester vor allem. Weihnachten, ja, Heiligabend wird schwer. Die anderen Tage sind für mich so. Ja, war immer schön in Familie, mit der ganzen Familie. Wir sind ja so. Weihnachten sitzen wir ja gerne immer mit der Familie zusammen. Das ist immer so unsere... Ja, ich kann es nicht erklären. Es geht da nicht um die Geschenke bei uns, sondern es geht darum, mit der Familie zusammen zu sitzen. Und alle wiederzusehen. Und das ist ja jetzt ein bisschen anders. Aber jetzt anderes Thema. Freunde. Berechtigte Frage und gute Frage. Und ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen beantworten. Friesen Örberg schreibt, wir kommen nicht bis. Ja, schön. Mel B schreibt, man kann das gut nachempfinden mit den Feiertagen. Ja, ich glaube, ihr versteht das auch. Sorry, da war eine doofe Frage von mir. Nee, war keine doofe Frage von dir. Ich habe gesagt, ihr könnt alles fragen. Wenn ich was nicht beantworten möchte, dann lese ich es nicht vor. Ganz einfach, ne? Also ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt alles fragen. Entweder sage ich, gehe ich auf die Frage ein und sage ich, dazu gebe ich keine Antwort. Oder die meisten sehe ich ja auch gar nicht. Da bin ich ehrlich. Oder ich gehe da gar nicht drauf ein. Guckt mal, schon wieder 40 Minuten vergangen, Freunde. 40 Minuten, das geht so schnell mit euch immer, finde ich. Wie habt ihr denn so das Zeitgefühl? Ist es für euch uninteressant, langweilig oder vergeht die Zeit für euch auch schnell? Wie gesagt, ich habe heute Sven getroffen, Follower von mir und dort habe ich auch mal. Es ist schön, mal mit Leuten zu sprechen, die mir zugucken, mich auf Instagram verfolgen, jeden Sonntag 20.15 Uhr vor der Glotze sitzen. Wenn nicht, aber spätestens 21 Uhr vor der Glotze sitzen, den Film nachzugucken. Und da konnte ich natürlich mal sehr viel fragen und sehr viel in Erfahrung bringen. Und mega sympathisch seid ihr immer. Das habe ich heute in der Instagram-Story auch gesagt. Alle Leute, die ich treffe, die entweder ein Foto mit mir machen wollen oder einfach nur mal quatschen wollen. Erst kommt immer die Frage, das ist immer, das ist wirklich so. Bist du es oder bist du nicht der von YouTube? Das ist immer so die erste Frage. Sehe ich so anders aus in der Toura? Ich weiß nicht. Vielleicht ist jemand hier, der mich schon mal in der Toura gesehen hat. Da kriege ich ja keine Luft. Tim fragt, wann ich die Tools für deine Streams installieren darf. Ich hatte jetzt in letzter Zeit, war ich ja on Tour, hast du ja gesehen. Heute hatte ich einige andere Sachen zu tun. Weiß ich noch nicht, Tim. Am Wochenende habe ich die Kids. Morgen habe ich Terminplan straff durch. Und am Freitag hole ich schon wieder. Es wird schwierig, Tim. Lass uns mal da zusammen telefonieren noch. Ipup, Ipup, P, S, Punkt, schreibt perfekt, es macht Spaß, den Abend mit dir zu verbringen. Vielen Dank. Mir macht es auch Spaß, mit euch hier zu quasseln und Fragen zu beantworten, obwohl ich ja eigentlich mehr so den Monolog führe. Sweetheart schreibt, es ist auf gar keinen Fall langweilig. Wie du schon sagst, die Stunde vergeht viel zu schnell. Ich finde auch, dass eine Stunde zu schnell vergeht und zu wenig ist, aber ich habe festgestellt, umso mehr freut man sich auf die nächste Stunde am nächsten Mittwoch. Jetzt wird es aber kalt hier. Wie ist das Wetter bei euch? Wenn man nicht mehr weiß, über was man reden soll, dann quatschen wir über das Wetter. Nein, bei uns ist es regnerisch. Gestern noch mal Glück gehabt bei der Tour. Bianca H., wir machen Silvester einfach ein Urbexer-Treffen auf einem des Plays. Hätte da einen verlassenen Hof in der Nähe. Klingt gar nicht so schlecht, ne? Es rattert gerade in meinem Kopf, Freunde. Ihr wisst, wenn ihr mir so eine Bocken hinwerft, ich bin schon immer ziemlich weit dann. So, Nicole schreibt, nee, ich finde es nicht gut. Man sollte sich überlegen, wie es wäre, wie wir es fänden, wenn unsere Verwandten Daunen liegen. Genau. Oh, Nicole, hängt der Stream so nach oder hast du später eingeschalten? So, wie die PD-Explorers, schaffst du es dieses Jahr noch, mit uns den Freizeitpark zu erkunden? Das ist entscheidend spontan. Ich möchte mich da nicht festlegen. Ich ziehe auch im Winter los, ne? Weil viele immer fragen, mach dir jetzt Winterpaar, machst du jetzt Winter? Nee. Für mich spielt das Wetter keine Rolle. Es gibt keinen, ihr kennt den Spruch, ja, der ist dämlich. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung, ist aber so. Und wenn man sich, weil auf Instagram war ich durchgeschwitzt, ne? Weil am Montag, da war es auch so bottenwarm, da war ich an einem sehr geilen Ort. Das wird ein sehr geiler Film übrigens. Und war durchgeschwitzt. Und hat er mir geschrieben, ja, du musst dir so eine, so eine, so eine, so eine Dry-T-Shirts kaufen. Also die schnell trocken, das ist ein Dry-T-Shirt. Das ist von Engelbert und Strauß, ganz so einer Stoff, wenn ich mir den vor das Gesicht halte, kann ich durchgucken. Also so ein schnell trockener Stoff, ne? Also ich bin da schon gut, weil viele immer denken, ja, ich bin Winter gut ausgerüstet, so wie Sommer auch gut ausgerüstet. Mit schnell trockenen, kurzen Sachen, auch Sommerhosen, die schnell trocknen, weil man schwitzt ja doch. Das ist einfach so. Und da war ich etwas erstaunt, dass man mir das geschrieben hat. Du musst dir so ein T-Shirt kaufen. Ja, ich bin schon öfter auf Tour gewesen und weiß das. Also nicht böse gemeint, ne? Sehr lieb gemeint von euch. Viele sehen mich zum ersten Mal und wissen ja gar nicht, wie lange ich dabei bin. So, bei euch regnet es auch. Ich glaube, der Sommer ist vorbei, ne? Das war's. Ich habe die letzten Tage noch optimal genutzt. Wie war es bei euch? Ich war Stand-Up paddeln. Ich habe eine Radtour gemacht. Keine Angst, es kommt kein Film über eine Radtour. Ich war im Hexenwald, ne, im Märchenwald. Im Hexenwald war ich noch nicht. Übrigens, wo bist du? Bist du noch da? Im Märchenwald müssen wir noch, ne? Märchenwald auch sehr schön. Dann war ich am Nonnenloch. Dann war ich Stand-Up-Puddel, habe ich schon gesagt. Also vollkommen nochmal das Wetter ausgenutzt. Und dann war ich noch auf Lost Place Tour. Ich habe die Sonne nochmal voll genossen und nochmal voll ausgenutzt. Also so 29 Grad von oben auf Lost Place Tour ist auch unangenehm mit der Zeit. Aber immer besser als Regen oder arschkalt, sage ich mir, ne? In den Gebäuden ist es ja immer kühl, ne? Das ist es ja immer. Man erschreckt sich immer. Man kommt immer rein ins Gebäude und denkt immer, oh. So, ihr wollt jetzt hier wirklich, dass wir uns Silvester irgendwo treffen. Wo wäre das dann, dann, dieser Ort? Welchem Bundesland? Geiles, warmes Wetter bis nächste Woche. Du musst irgendwie im Süden wohnen, ne? Ihr habt immer länger Sonne. Zellie schreibt, am Samstag geht es zum Oktoberfest. Alter, das ist schon wieder so weit, ne? Ich hasse diese Zeit. Also nicht, ich hasse diese Zeit, aber ich mag diese Zeit nicht. So früh dunkel, dann wird die Uhr noch eine Stunde vorgestellt. Dann ist es noch früher dunkel eine Stunde. Dann ist es ab 17 Uhr dunkel. Ich mag diese Jahreszeit nicht. Für mich könnte das ganze Jahr über Sommer sein, bin ich ehrlich. Immer so angenehme Temperaturen, 20, 20 Grad so. Zum Baden ein bisschen wärmer dann, ne? 20 Grad ist zum Baden ein bisschen kühl. Aber wenn du das ganze Jahr so eine Temperatur nassst, dann ist das Wasser auch durchgehend warm. Aprilwetter heute, ja. Heute war auch gemischt bei uns. Außer der Wind fehlte, ansonsten gemischt. Katharina Riedmüller. Wer gefällt dir, dass Urbexer bzw. das Pes erkunden? Wie es mir gefällt? Gut. Sonst würde ich es nicht machen. Ja. Das ist eine Leidenschaft von mir. Im nächsten Video seht ihr, wie ich sehr emotional werde übrigens. Ich will mal ein bisschen teasern. Ich weiß nicht, warum dieser Fund mich... Also es ist... Ach, schaltet einfach Sonntag ein. Da hat es mich gepackt zum ersten Mal. So richtig. Für viele unverständlich, wenn sie das Video sehen. Aber für die, die das Hobby betreiben, die werden es verstehen, warum. Da hat es mich richtig gepackt. Freut euch auf Sonntag. Das wird ein sehr schönes Video. Der erste Teil Harztour übrigens. Jetzt kommt der Hubschrauber wieder. Also der erste Film der Harztour, ne? Ach so. Für alle, die den Vlog gesehen haben. Da ist doch auf der eine Location, auf der Hinfahrt, was passiert? Was denkt ihr denn? Was ist dort passiert? Würde mich mal interessieren, ob ihr darauf kommt. Ich habe doch eine Location abgedreht und habe es natürlich nicht mit reingenommen. Habe das auch schon fertig geschnitten. Ich weiß ja nicht, wusste nicht, welchen Film ich zuerst rausbringe. Habe mich dann aber für einen anderen entschieden. Dieser Hubschrauber, ne? Und im Vlog sage ich doch, hier ist die Location, die muss ich abfilmen. Und dann eine Stunde später sage ich doch, es ist was passiert. Was denkt ihr dann? Was dort passiert ist? Und wann geht das Video am Sonntag los? Okay, hier scheinen die viele neu zu sein, ne? Also jeden Sonntag um 20.15 Uhr zu Primetime. Wir machen Konkurrenz mit dem Tatort. Und ich habe auch schon einige davon überzeugen können, dass unsere Filme, sage ich mal jetzt noch, weil ja Philipp noch viel dabei ist, nicht immer, aber oft besser sind als der Tatort. Und ich habe auch Leute getroffen oder die haben mir geschrieben, die haben sogar aufgehört, Tatort zu gucken, um uns zu gucken. Also das ist natürlich eine große Ehre, ne? Mein Anliegen war natürlich nicht, ich trete gegen den Tatort an, sondern ich habe geguckt, wann hauen die YouTuber oder die meisten Urbexer ihre Videos raus. Sonnabends, 9 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, das sind so die meisten Dinge. Wann hauen sie, oder wann ist die schlechteste Zeit? Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Um überhaupt ein Video rauszuhauen. Es ist immer, abends ist die schlechteste Zeit. Und ich habe gesagt, Jäger, dann Sonntag, 20.15 Uhr, wenn gar keiner ein Video raushaut. Aber jetzt machen schon einige Livestreams Sonntag, sind auch schon langsam so dahinter gekommen, ne? Oder hauen auch schon Videos raus um 18 Uhr oder so. Aha, jetzt schreibt ihr. Also, Deutsch meint, ich wurde erwischt. Und ich habe gesagt, Jäger, Der fliegt ziemlich offen, ach, oder so. Warte, vom Nachbarn vermöbelt? Wo habe ich das denn jetzt gelesen? Dass dort noch jemand wohnt, schreibt, J.K. Der Nachbar wollte dich verkloppen? Das ist ja bei mir richtig, ne? Da wisst ihr ja, wie ich drauf bin. Ne, ich gehe auch Stress aus dem Weg, ne? Ich bin auch älter geworden. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, da muss man sich nicht prügeln. Ich versuche alles. Diana schreibt, Mati sagt, der Hausmeister war da. Hier muss jemand aus meiner Nähe kommen, weil die schreiben auch alle, die hören den Hubschrauber hier. Liebe Grüße. Und bekannterweise, wer auch immer hier jetzt zuguckt und in der Nähe wohnt, seid ganz lieb gegrüßt. Also, Tatort hat gegen dich verloren. Ja. Sina ist auch dabei. Sina, ich grüße dich. Ich sehe dich jetzt erst. So, also, wie gesagt, ich habe überlegt, wann ich Videos rausbringe. Habe natürlich auch analysiert. Und ich bin ja immer so ein Typ, ich halte mich nicht an gewisse Sachen. Also, ich halte mich schon an gewisse Sachen. Aber wenn so ein Analyseprogramm sagt, es ist die beste Zeit, sonnabends oder sonntags oder allgemein, an gewissen Wochentagen vormittags die Videos rauszubringen, damit YouTube Zeit hat, die Videos auch nach und nach vorzuschlagen. Und weil die Leute nach Hause kommen und dann reingucken bei YouTube und dann ist das Video höchstwahrscheinlich schon auf der Startseite. Dann habe ich gesagt, genau, Jäger, dann machst du genau das Gegenteil. Dann machst du es abends. Und wann machst du es abends? Oh, sonntagsabends gucken die meisten noch Tatort oder so und wollen ihre Ruhe haben. Haust du Sonntagabend raus, habe ich euch jetzt schon 30 Mal erzählt. Ach so, die Story. Mensch, acht Minuten noch. Soll ich teasern? Ja, ich hier teaser. Also das war ein total verwachsenes, zugewachsenes, zugewuchertes Gelände. Ich habe einen Eingang gefunden, hatte mich dabei verletzt. Das sieht man sogar noch im Vlog. Hier total zerkratzt, weil Brombeersträuche durchgekämpft. Sehr viele Fahrzeuge zugewuchert, bis oben rüber, gar nicht mehr zugänglich und sowas alles. Sehr alte Fahrzeuge auch. Der Hof, Brusthoch mit Brombeersträuchen, Brennnesseln, Gras. Und dann kam ich so hinten rum und auf einmal sehe ich ein Wohnmobil. Ja, okay, hier stehen ja mehrere Fahrzeuge. Und dann gucke ich so um das Wohnmobil zur Zufahrt nach vorne, auch zugewuchert. Da hätte ich gedacht, okay, dann kann er ja nicht durchgefahren sein. Dann gehe ich dichter. Ich teaser jetzt. Ich teaser jetzt. Ich glaube nicht, dass ich das Video rausbringen werde. Ihr werdet gleich hören, warum. Dann bin ich dichter gegangen und habe gesehen, dass ein Stromkabel zum Wohnmobil führt. Na, macht es schon Klick? Und ich quatsche trotzdem noch immer in meine Kamera. Ich erkläre ja so, ihr wisst ja, wie ich in meinen Videos bin. Bla, bla, bla. Und hier, guck mal, ein Polo stand da noch und sowas alles. Total zugewachsen und da hinten noch ein Auto und hier noch ein... Naja, ich darf nicht zu viel erzählen. Aber dann ging ich mir so mit einem Auge auf das Wohnmobil. Da stand so 10 Meter von mir entfernt. Und dann bin ich trotzdem noch umgeguckt. Oh, das Haus, vielleicht kommst du auch noch rein. Sieht auch noch sehr interessant aus. Und dann habe ich aber das Stromkabel gesehen und habe gedacht, jede Sache immer auf den Grund. Und gucke dann so aufs Nummernschild, stehe schon hinter dem Wohnmobil und quatsche trotzdem weiter. In meine Kamera. Ich quatsche ja, das sieht man ja im Video. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es rausbringe. Eigentlich, ich weiß es auch noch nicht. Und dann gucke so, TÜV gerade abgelaufen. Das ist aber komisch, habe ich so gedacht. Ja, okay, gut. Dann gehe ich so ums Wohnmobil und sehe die Tür ist auf. Also gehe so rum von hinten und sehe, hinten ist ja die Tür, die Tür ist auf. Und sehe dann so ein paar Dosen stehen. Erbsen ein Topf, Bohnen ein Topf und weiß ich was alles. Und gehe erstmal wieder zurück, weil dann schießt das Adrenalin in dir hoch. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und dann, ach, kann keiner sein, Jäger. Du hast dir gequatscht, du hast dir laut geknackt, du hast dir alles schon erklärt. Ich habe schon 10 Minuten gefilmt oder so. Der wäre doch rausgekommen. Hätte ich doch gehört. Geh rum, guck ins Wohnmobil rein von etwas weiterem noch. Sehe ich einen Fernseher laufen und am Tisch sitzt jemand. Wisst ihr, wie das durchgeht? Ich, was machst du nun? Stand so wie so ein kleiner Junge mit meiner Kamera. Auf einmal, ich erzähle es, dreht er sich um. Ist alles im Video zu sehen. Wirklich, ne? Und dann, ja. Mehr möchte ich noch nicht erzählen. Heftige Story, Freunde. Heftige Story. Man hätte niemals gedacht, dass dort noch jemand haust, muss man ganz ehrlich so sagen. Traurig endlich. So, Melanie Geller schreibt, pass bitte in Zukunft besser auf dich auf. Wir brauchen dich noch. Das ist aber lieb. Melanie Stamm schreibt, wann geht es mal nach Karlsruhe? Bin ich eingeladen, Melanie? Melanie, irgendwie haben wir schon mal geschrieben auf Instagram. Kann das sein? Hast du nicht geschrieben, bist du das nicht mit dem Käffchen, wenn ich mal in der Nähe bin? Heidi, zum dritten Mal, Jäcker, wie geht es deinen gebrochenen Armen? Ja, wenn ich erzähle, gucke ich nicht auf die, auf die, ich lobe Besserung. Ich weiß, dass das eine Schwäche von mir ist hier. In meinem Arm geht es wieder gut. Alles, alles tippitoppi. Danke der Nachfrage, sehr lieb. Ohnein Topf wie Bud Spencer, ja. Ähnlichkeit mit Bud Spencer war vorhanden. Also ich musste mich ganz schön gerade machen. Sohnemann geht ins Bett und sagt Nachti. Wir laden dich zu Silvester, dann bist du nur nicht alleine. Gute Nacht, Doreen. Iris, beide erschrocken. Na, ich wusste ja schon, dass er da ist. Ich hatte mich davor erschrocken. Aber dass er mich nicht gehört hat, ne? Er saß da und hat Fernsehen geguckt und hat irgendwas so am Tisch gefummelt und so. Und dann hat er sich nur durch Zufall so, hat er mal raus geguckt. Entschuldigung. Vielleicht bringt das Video raus. Sehr geil, sehr geil. Käffchen gibt es hier auch. Ich bin bei vielen eingeladen, ne? Schön, finde ich gut. Jirka, du bist eine Kämpfer in Natur. Ja, ich habe jetzt aber gemerkt, ähm, ähm, ja. Also danke. Und, ähm, ich habe viele, äh, Problemchen, in Anführungszeichen, kann man ja so nennen. Und, äh, ne? Und, äh, ne? Und, äh, mit ein bisschen was zu kämpfen, mit Gesundheit und, äh, natürlich der Trennung und so. Aber ich habe jetzt die Woche gesehen, dass es Menschen gibt, denen es noch schlechter geht. Also Jirka, hör auf, endlich zu jammern. Ganz ehrlich, ne? Ähm, das ist alles in den Griff zu kriegen bei mir. Ich habe viele Schicksalsschläge hinter mir, äh, aber ich kann, äh, raus in die Natur. Ich kann noch laufen. Ich kann Sport machen. Ich kann, äh, also ich kann wieder Sport machen, zum Glück, ne? Es war ja auch eine Zeit lang, wo ich gar keinen Sport machen konnte, aufgrund meiner Gesundheit. Äh, ich kann, äh, einigermaßen meinem Hobby nachgehen. Brauche natürlich ab und zu mal noch längere Pausen. Äh, also es geht, Menschen, denen geht es wesentlich schlechter. Das habe ich jetzt letzte Woche oder diese Woche war das ja mitgekriegt. Und, ähm, das hat mich dann wieder geerdet und habe gesagt, Jirka, jetzt hör endlich auf zu jammern, ne? Dir geht es noch sehr, sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu manchen anderen, ne? Junge, der, wie die, wie die Explorer mit seinem Freizeitpark. Alter, du bist aber auch sehr, 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 wir machen das noch. Hab mal keine Angst, ne? Äh, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich, äh, mehrere Anfragen habe jetzt und ich muss das jetzt auch erstmal alles sortieren. Das ist lieb von euch und ich freue mich sehr. Äh, und, äh, Freizeitpark interessiert mich ja, das wisst ihr ja. Doreen schreibt, Krone richten, weiter geht es circa. Du packst das? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich arbeite in der Pflege und kämpfe jeden Tag, schreibt Melanie. Okay. Pusteblume. Zwei Minuten noch. Äh, wir machen bis 21 Uhr streamen. Äh, man kann den Streamen aber nachgucken, ne? Also, vergesst das nicht. Der ist ein, äh, solange ich es möchte, jetzt auf YouTube drinne. Ne? Also, ihr könnt auch euren Freunden erzählen, äh, wenn da was Schönes passiert ist. Habt ihr den Stream gesehen von ihr? Garne? Dann auf seinen Kanal gehen, nicht unter Videos, sondern unter Live. Dort sind die ganzen Livestreams zu sehen und dort könnt ihr jeden Stream nachgucken, auch falls ihr einen verpasst habt. Hartnäckig ist das richtige Wort, genau. Ich wollte jetzt nicht sagen penetrant oder so, das wäre jetzt das falsche Wort gewesen. Riesen Urbex. Wenn ich du wäre, dann... Warum ich es nicht vergessen? Kennst du die Sendung Lost Places? Ne? Also, ich kenne Dokumentation auf D-Max oder so, Lost Places, ja? So, ihr Lieben, es ist 20.59 Uhr. Äh, ich fange schon mal langsam an mit der Abmoderation. Es ist schön, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Hat mich sehr gefreut. Äh, wir haben heute einen neuen Rekord an der Zuschauerzahl, sehe ich gerade. Ganz großes Dankeschön an euch. Äh, auch immer, was ihr mir schreibt, auch wenn ich euch nicht jede, oder wenn ich nicht jede Antwort beantworten kann, jede Nachricht beantworten kann, auch nochmal hier für alle die, die, äh, keine Ahnung, die es noch nicht gesehen oder gehört haben, ich wiederhole es ja oft oder sage es ja oft, ich lese alle Nachrichten. Ja, auch wenn es bei euch nicht angezeigt wird, weil ich euch nicht in den Hauptordner mit rübernehme. Das kann ich einfach nicht machen, weil ich dann total den Überblick verliere. Ähm, freu mich, wenn ihr einschaltet, freu mich, wenn ich euch sonntags unterhalten kann, freu mich, wenn ihr mit mir live geht hier und ich euch einige Fragen beantworten kann, freu mich, wenn ihr mich live seht auf der Straße und mich ansprecht, äh, könnt mich ruhig wegen Foto ansprechen, kein Problem, viele, oder einige trauen sich immer nicht, sind schüchtern, kommt auf mich zu, ich weiß nicht. Wenn es nicht passt, dann sage ich es schon, aber höflich und nett. Meistens ist es dann, wenn ich mit meinen Kindern oder so bin, dann ist es besser, wenn man, ne, ein bisschen auf Abstand und ich mache es dann auch möglich, ist schon gewesen. Jemand hat es sehr cool gemacht, er hat gewartet, bis die Familie weg war vom Tisch und hat es dann zu mir gekommen, Hausmeister übrigens, äh, weiß nicht, ob du hier drinne bist, er hat wirklich sehr leppig Geduld gehabt und hat so lange gewartet, bis die Familie vom Tisch aufgestanden ist und, äh, ich alleine war es dann gekommen für ein Foto. Also, ich bin da, äh, freu mich darüber sehr und ihr könnt gerne auf mich zukommen und es ist auch mal schön, mit euch ein Gespräch zu führen. So, in diesem Sinne, 21.01 Uhr, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, wollte ich gerade sagen, Mittwochabend. Äh, wir sehen uns Sonntag, 20.15 Uhr, das wird ein sehr geiles Video und ein sehr emotionales Video. Also, wer, äh, ein bisschen mit mir weinen möchte, jetzt habe ich schon zu viel geteasert, ähm, der guckt Sonntag, 20.15 Uhr, schaltet ein, wir sehen uns, äh, dann spätestens am Sonntag oder Mittwoch wieder im Livestream. Macht's gut, ihr Lieben, ciao, ciao, bye, bis zum nächsten Mal, euer Jirka. bis zum nächsten Mal.